4 oder endlich in meiner Hütte wer bist du ich hab gehört du bist ein Profiboxer ich bin Manager ich hab einen Boxer der soll gegen dich kämpfen okay er hat auch was drauf etwas sehr heftig was wenn ich ihn schlage was kriege ich mein zweiter bester Boxer du kriegst wenn du ihn schlägst kommst du in die nächste Liga gegen einen anderen und der wenn du gegen den gewinnst dann bist du eine Maschine und kriegst von mir 500 Euro okay geht klar Bruder okay yallah wir sehen uns gleich ey wer bist du mein Boss sagt die soll gegen dich kämpfen ja ich hab schon über dich gehört komm doch eins gegen eins ich werde dir deine Ehre nehmen ja okay sagst du ja nicht nur der erste der dreimal ich werde es auch tun okay 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 du sagst ja du bist besser als ich ne ich sag es nicht nur ich bin es auch komm yallah okay Bruder komm doch nein Junge das ist unfair was unfair Junge du bist zu stark ja deine Mutter ist unfair du bist zu stark das habe ich lange nicht mehr gehört ey du Jaro du hast meine Mütze untergewirft du hast meine Mütze untergewirft du hast meine Mütze untergewirft du hast das stimmt nicht ja da nimmst du meine Mütze Niemand nimmt Recep seine Mütze weg Kelek alles nur Glück du Lacken Ölüm ich bin Recep Digger was willst du was für Glück ich bin Abdul Ahmed Ali okay haben wir beim ersten Kampf gesehen noch zwei Kämpfe muss ich gewinnen ich bin Ahmed Abdul Ali der Ali bist du es echt Ehre genommen komm so man hat er gesehen eben gerade komm doch Wilhelm komm doch Digger denkst du ich hab Angst vor dir so ein kleiner Knirps mit deiner Stimme Digga bist du neu in der dritten Klasse gekommen oder was Junge ich bin 14 ich bin einfach nur nicht im Stimmbruch gewesen bis jetzt ja unfair das ist unfair ich zeig dir was so unfair ist Digga was denn deine Mutter Allah meine fetten Fäuste die gleich in deine Fresse fliegen Arschloch okay Digga ich muss noch einmal killen kein Problem wer haben mehr was ist man denkt sich der nächste bis heftig jetzt genau ja ja das ist eine Kämpfe dafür ist zu müssen dann wissen bei Leben bezahlen dass du gerade meine Kämpfe runtergeworfen was komm mit Aua Mann ich ruf meinen Manager an okay ich hab jetzt den ersten rasiert jetzt warte ich auf den Manager ey ey ich hab grad mit meinem Knirpsi geredet er sagt du hast ihn rasiert ja der war süß ja der war süß er war erst 14 er war erst 14 ja hat jetzt kommt ein 20 jähriger okay wir sehen uns gleich wir sehen uns gleich wir sehen uns gleich wo bleibt der wo bleibt der wo bleibt der warte nochmal wo bleibt der 20 jährige hey da bist du ja ölüm wie siehst du denn aus mein Bruder sagte i soll fight Nummer 4 okay machen du tschabalaba Bruder mein riecht Mundi durch Kopfhörer durch okay tschabalaba Bruder ich mache rasieren mit meinen zwei Handys ja jawollah Junge bist du gerade vom Duschen gekommen? hat deine Mutter gerade deine Pimperl Pampers gewechselt oder was? jawollah Bruder nein ich fick deinen Sohn ja ja ich fick deinen Sohn und sein Vater du wirst gleich sehen wer hier gefickt wird von uns beiden Komm doch der Komm doch der Kidzickepaldum Na du bist ein Unfahrrad-dreckiger Rund Diese Einladung werden nicht angezeigt mehr Okay Mies Bruddi Miese Zeitner Aber Brudi guck mal mein Rucksack da und mein Taschenmesser oh meine linke tockert, die rechte tockert Bruder hier, oh, Kopfnuss Arme nach vorne William, du wirst mich niemals nicht mal deinen Traum finischen, Digga ja Bruder, ja, sieht man hier Unentschieden Bruder, Unentschieden Bruder, was willst du? Bruder, lernen ein bisschen Deutsch, mein Bruder, dann guck mal wie du redest, Arme nach vorne, man du hast nur mit Glück, mein Digga, Digga, Digga my Bro, you're my Bro, Digga gangsta, gangsta, in the hole William, ich rasier dich, Digga, ich schwör ich rasier dich mit rechts, Digga komm her, ich kann dich auch nur mit rechts holen ich hab dich mit zwei Hands geholt, wie ich gesagt hab ja, okay Digga eine Runde ich, eine Runde du, aber jetzt rasier ich dich mit Ansage tschüss ja okay, zwei zu eins, Junge, komm doch komm Bruder, der Mann, Bruder, miese Mundi hast du, Bruder ja? miese Mundi komm doch, ein bisschen, Bruder niemand rasiert, Digga, ja, komm her miese Mundi, Bruder ja okay, zwei, zwei, Bruder, jetzt rasier ich dich miese Mundi, Bruder, mies, mies Bruder, ich werde dich zerstören, wie noch nie ja, okay werden wir jetzt sehen, Bruder, werden wir jetzt sehen Bruder, noch nie immer noch Willem, was machst du da? hast du Störung? soll ich Psychopathen für dich holen, oder was? miese Zeiten, Bruder ich glaube, du hast jeden Tag miese Zeiten Bruder, miese Zeiten, Bruder unfair, Bruder ja, unfair gespielt, ne, guck mal ich hab dich mit den zwei Händen links, rechts, Appokat einmal auszuweichen oh Leute, endlich ist dieser Lappen weg ey Bruder, hier deine 500 Euro ey, danke, Mann kannst dir alles kaufen, was du willst, neues Outfit was auch immer du willst, Bruder okay, bis gleich wann kommt der halt endlich? ja, Bruder, sorry, wegen Verschmietung und so, Bruder oh, was das so aussieht Bruder, Wallah fresh, Wallah fresh ja, danke okay, Bruder dann, viel Spaß dir noch danke nächste Woche dein nächster Kampf ja, okay ja, okay tschüss, hatte tschau tschau Leute, das war's dann auch mal mit dem Video ich hoffe, das Video hat euch gefallen wenn ihr mehr von Gangbys sehen wollt dann drückt auf den Like-Button abonnieren, bitte und schreibt in die Kommentare was ich denn noch für Spiele spielen soll und ja tschau Leute und ja, ich weiß nicht so das war's dann auch mal mit dem Video